Servus, Grüezi und Hallo und Willkommen zu einer neuen Aufnahme von Star Trek. Silber Tag, selbes Glück, nur neue Folge. Schau mir mal, was sich hinter dieser Tür befindet, nachdem ich natürlich nochmal gespeichert habe. Sorry Leute, Alter, ersetzen, ok. So, dann würde ich mal sagen, und los geht's durch die Tür. Wir sind auf alles gefasst, aber wahrscheinlich passiert gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Hallo? Versteckst du dich? Hast du Angst? Irgendwie... Schauen wir mal. Okay, das habe ich auch zu Hause herumliegen. Was ist das? Oh, wie langweilig. Okay, zu dir haben wir nichts. Was, nochmal? Gut, danke. Ach Leute, das ist so verrückt, zum Englisch mithören und Deutsch zum Lesen, falls man scrollen muss, eigentlich sollte ich jetzt mal die Augen zutun und einfach nur das Englische in mich reinziehen, wäre viel leichter. In dieser Kamera, ok. Ist das die Kamera? Nein, ist nichts. Auch nichts zu berichten. Was ist das für ein Teil? Neutrino-Axcelerator. Es ist einer der besten in der Produktion heute. Wow. Ja, das habe ich auch zu Hause. Es ist ein standardes Forschungslabor. Oh, wie langweilig. Und was macht der? Nichts, was zu berichten, Captain. Gut, dann fragen wir mal zuerst den. Jim, dieses Lab ist unglaublich. Was würde ich nicht geben, um dieses Geräte auf der Enterprise zu haben. Tja. Das ist ein sehr gut erzeugtes Laborator, Captain. Vielleicht könnte Dr. McCoy hier sein. Wir haben aber nur vielleicht. Was sagt denn unser Kleiner hier? Okay. Gut. Weil dann lassen wir den Pille mal ein bisschen schauen, was dort los ist. Und hier drin? Gut. Dann machen wir einfach diesen hier. Okay. Das weiß ich. Dann nehmen wir mal die und du darfst mal gucken. Am Ventil festmachen. Und da. Wir brauchen irgendwas, was man da reinstecken kann. Okay. Da brauchen wir nichts. Okay. Hinter der Tür. Okay. Und hier. Gut. Gut. Okay. Dann nehmen wir mal die und sagen, geht zum Kühlschrank. Öffne den mal. Okay. Und jetzt? Hat er wieder zugemacht. Da kann einfach nur das. Der sagt, wie das gleich heißt. Eigentlich hieß es, sammeln Wurst, äh, Wurst, ob ich das nehme, ja das. Schauen wir mal. Okay, das haben wir auch gecheckt. Dann würde ich mal sagen. Ach mein Gott, muss ich da jetzt wirklich dem sagen, dem sagen, macht den Scheiß auf, damit ich aus dem Freezer was nehmen kann. Was ist denn da drin? Was? Willst du mal probieren? Doch. Naja. Ist natürlich nur für Antikörper. Gut. Dann haben wir mal das. Was machen wir als nächstes? Ich würde mal sagen, wenn, wie ich mich kenne, speichern. Ich habe irgendwie so das... Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass wir vielleicht... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir den Spock da einsperren müssen und danach... Danach irgendwas mit der Luft, etc. Ich glaube, der muss da rein. Das bedeutet... Nehmen wir... Ich weiß nicht, darf ich so lange Zeit nehmen, zum alles anschauen? Das weiß ich. Das wissen wir auch. Nein, er hat eine. Okay, danke für den Fall. Dann nehmen wir mal die. Und sagen wir mal da her. Und was macht er jetzt? Nichts passiert, okay. Was ist, wenn ich das nehme und da herein? Das habe ich mir gedacht. So schaut es nämlich aus. Und jetzt... Würde ich sagen, der Doktor schaut sich das mal an. Okay. Dann nehmen wir den Spock und sagen... Gut, dann nehmen wir... Ja, aber das ist doch... Tu doch da irgendwie was probieren und schau... Was passiert. Nichts passiert. Kapitän, ich sehe das Problem. Das Gas fährt sich nicht mehr. Okay. Ja, und wie kann ich den denn aufmachen? Ja, und wie kriege ich den jetzt auf? Vor allem, weil beide da stehen. Stehen. Ah, der macht auf. Und was ist dahinter? Aha. Äh... Was ist denn das? Antigravitations-Einheit, gut. Spock, wenn du sonst sagst, dass die Gashenne nicht... Irgendwie mache ich da die Gashenne auf. Kann ich die einfach so... Machen wir mit der Antigravitations-Einheit das auf? Nichts passiert. Aha. Du attest die Antigravitations-Einheit zu dem Gas-Tank. Es kann frei verliebt. Ja. Nichts passiert. Ja, und jetzt? Nichts passiert. Haben wir jetzt herausgefunden, dass der Tank eigentlich leer ist. Kann das sein? Oh mein Gott. Das wird wieder ein langes Let's Play. So, dann gehen wir mal... Kann man da rein? Da kann man rein. Aha. Da ist mal schon ein Schraubenschlüssel. Hoffentlich. Den nehmen wir mal mit. Gut. Das ist immer gut. Dann fragen wir mal, was das... Captain, der Fusion-Reaktor scheint nicht zu haben, Ich sage, wir lassen die Kontrollen, wie sie sind. Okay. Dann haben wir da. Gut, dann. Der Station-Fusion-Reaktor. Sehr gut. Was gehen wir zum nächsten Mal? Das Ventilationssystem? Ja, das wäre vielleicht, wenn es um Viren geht, gar nicht zu doof. Aber wenn da irgendjemand was gemacht hat... Ja, das würde ich auch so sagen. Gut, ich glaube, das war's hier. Jetzt habe ich einen Schlüssel und eine Gravitationseinheit. Aber das bedeutet, wahrscheinlich hätte ich die... den Tank gar nicht mitnehmen dürfen am Anfang, weil mit dem Schlüssel werde ich wahrscheinlich die Flaschen aufkriegen und beim H2 wird wahrscheinlich rausgekommen sein, dass der leer ist. Wetten wir? Gut. Und wenn man trotzdem nochmal das hier hinstellt... Es wäre sehr gefährlich, die Tanks ohne zuerst die Flaschen aufkriegen. Es wäre sehr gefährlich, zu... Okay. Das bedeutet, da sind beide der Nachhof. So, dann stellen wir den wieder hin. Kann ich gar nicht. Gut. Jedenfalls hätte ich wahrscheinlich herausgefunden, dass das H2 leer ist. Da bin ich mir ziemlich sicher. H2 ist Wasserstoff. Eigentlich ist H... Oder? Ja. Wasserstoff. H. Ja. Ja. Sage ich jetzt mal. Okay. Die unteren Decks werden von den Romulanern. Das bedeutet, wir können nur oben herum gehen. Hm. Das bedeutet, wir haben nur noch eine Tür und die ist da drüben. Und wir brauchen dringend H2, was sicher auf der Enterprise wäre, wo man die Flasche schnell... Hm. Die Flasche schnell... Die Flasche schnell... Die Flasche schnell... Die Flasche schnell raufbeamen können hätte und hätten sie uns vollgefüllt heruntergebracht. So machen wir das Zeug. Hm. Brauchen wir doch ein, zwei. Das ist doch Stickstoff. Hm. Kann man das? Die Antigrab-Unit hums und emits den Stink der Ozone, bevor es failsafe ist. Die Unit kann nicht etwas etwas fassen zu dem Körper der Station. Der Tank muss erst getötet werden. Oh. Danke für die Information. Irgendwie nötet. Die Tank detaches easily. Ich glaube, das hat es leichter gemacht, die Tank oft zu vermitteln. Ja, Captain? Okay. Antigravitational halt. So ein Teil wäre doch so cool. Das wäre doch so geil. Was ist, wenn wir jetzt einfach das H2 hier stellen? Kann ich das? Ich habe so das Gefühl, durch das, dass ich den Tank zu früh abgebaut habe, habe ich wohl ein bisschen die Logik kaputt gemacht von dem Spiel. Kann das sein? Kann das vielleicht sein? Oder probieren wir es mal. Was ist, wenn ich das einfach aufdrehe? Gut. Und jetzt lasse ich den Pille mal herumschrauben. Und schauen wir mal, was passiert. Okay. das bedeutet. Gut, da ist nicht auf dem einfach mal. Ja, N2 ist auch Stickstoff, oder? Nein. Was ist N2? Puh. N2, N2, N2 weiß noch jemand. Wie kriege ich die die Gasflasche da her? N2, N2, ich könnte die Krise kriegen. So, Gasflasche, N2, 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 man muss Pixel genau treffen. Gut, aber ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, oder? Oh man. Gas feed is on. Gas feed is on. So, in dem Fall wird uns Pille sagen, was... Was? Hä? Ab und zu sprechen mit die... der Gas tank ist ja offen. Das bedeutet, ich brauche jetzt eine neue Probe, oder? Ich brauche eine neue Probe. Und wie viele Versuche habe ich, aber... Hä? Hä? So, eine neue Probe. Und das ist irgendwas... Habe ich was übersehen? Gut, irgendwas mit Gasen, irgendwas mit Gasen. Kommt denn auch raus, welche Gase? So, sag uns nochmal was. Ja, N2 Stickstoffe, ich habe es doch gewusst, gerade noch gegoogelt. Please select Subject File Ouroboros Virus TLT Nitrous Oxide Ammonia Dihydrogen Oxide Exit Ouroboros Virus Ouroboros Virus Atypical growth patterns for L-type virus Opportunistic Pneumococcal Mimic Affecting Romulo-Vulcan Genotype Etiology Contact or Airborne Vector with Alveoli Microcollapse Involvement immediately upon Exposure Tissue Dehydration Follows Pneumal Flooding Out Mortality 0.6 in 1.0 Stardates 1.0 within 2.0 Stardates Treatment None Named for the Mythic World Snake that Swallows Its Own Tail Please select Subject File Gut Es kommt davon wenn der Pille immer nur Blödsinn erzählt T-L-T-D-H Gas The chemical compound Tantalum Bilithium Thalo Dihydroxide Colorless Odorless Non-flammable Gaseous at 1 A-T-M And temperatures within a human norm Early anesthetic among Vulcans and Romulans In whom it produces Laughter Feelings of Exhilaration Euphoria Sometimes leading to Unconsciousness In post-industrial pre-spaceflight era A social problem evolved when crude T-L-T-D-H became popular to cook up from non-conductive tantolithial compounds commonly used as electrical insulation Gut Ich habe also die Gefühle Stickstoffoxid Nitrous oxide A colorless non-flammable compound N2O Gaseous at 1 A-T-M and temperatures within a human norm Early anesthetic among humans In whom it produces laughter Feelings of exhilaration Euphoria Stickstoffoxid dürfen wir nicht wir müssen das Lithium irgendwas Kack Damal Ammoniak Ammonia A colorless pungent compound NH3 A common by-product of metabolism in carbon-based life forms Liquid or gaseous at 1 A-T-M Compounds widely used in agricultural medical and industrial applications Please select Subject Ouroboros Virus T-L Nitrous So Dann machen wir noch das Letztes und das müssen wir wahrscheinlich herstellen um den Virus zu töten Dihydrogen Oxide A colorless tasteless non-flammable compound H2O Water Liquid Solid or gaseous at 1 A-T-M Temperature Scales defined in most humanoid cultures by state shift of pure water Please select Subject Ouroboros Virus Exit Dihydrogen Oxide Upcolorless Non-flammable compound H2O Water Liquid Solid Orgashes at 1 A-T-M Temperature Scales to find most human cultures by state to shoot water water Good Aber Moment Mal noch schnell Der Virus des Gas von Thalium Bieland Tantalum By Lithium Thalo Dihydroxide Colorless Odorless So Not-flammable So Mh Neut Temperature Gas For N-Asthetico bei den Romulanern Gehnahmen Das bedeutet Das werden wir wahrscheinlich brauchen für Kamerat Ah, da kann ich jetzt einfach mit P kann ich mal ein bisschen Ruhe in das Ganze bringen. Gut, jedenfalls werden wir das wahrscheinlich herstellen müssen, um die Romulaner unten auszuschalten. Aber irgendwie hat mir das Ganze noch nicht so was gebracht. Wir wissen nur, dass es das ist, hundertprozentig, ja genau. Und das war's. So, und jetzt? Hm, wir wollen aber wir wollen doch aber da noch da kommt was rein. Ja, aber ich weiß nicht wie Ja, ich weiß es ja Spock, aber ich weiß nicht wie äh, naja jetzt sind die zwanzig Ja, die zwanzig Minuten sind auch schon wieder so gut wie voll ähm ich mach hier wieder einen vollen Cut und würde sagen man sieht sich in der nächsten Folge habt's noch fein und bis dann, tschüss, ciao, bye bye Bye